Krieg ich noch welche? Das ist aber nett. Auch wenn mir das hier gerade nichts bringt. Ach mann. Drüben war auch eins, wenn ich die richtig gesehen hab. Äh, ja. Oh fuck. Ich kann überhaupt nicht genug von diesem Kran krieg. Nee, tue ich nicht. Oh fuck. Fehlt mir wieder eins. Noooooooon. Ist das manchmal einfach nur Glückssache? Ist das einfach nur Glückssache? Ich hab nämlich immer mehr das Gefühl, dass das so ist, weil... Wie hätte ich denn hier sonst lang gesollt? Da unten wäre es nicht Liga. Geht ja gar nicht. Ich weiß nicht. Aber ich muss wohl nicht mehr probieren. Ich hab früher wirklich nicht so pech gehabt, wie jetzt irgendwie. Hm, ne Runde geht's, ne Runde geht's nicht, verwirrend, sehr sehr verwirrend. Okay, wahrscheinlich hängen hier noch 3 Millionen von diesen Teilen rum, aber ich werd jetzt nicht alle auf einmal suchen. Da hab ich jetzt eigentlich nur durch die Säcke rennen entdeckt. Hm. Jasmin Cholin. Da steht fast mein Name, nur dass ich mit Y geschrieben werde und mein E zu den S gehört, also Jasmin. Und nicht Jasmin. Jetzt hab ich meinen Namen verraten. Schön! Jetzt wisst ihr alle, wie ich heiße. Oh boy! What a Flora Show! Every night! Mhm. For discrimination test. Ah, ja. Oh, ne Kamera. Das Geräusch hätte noch nicht eingewildet. Du. Hm. Chips. Noch mehr Chips. Ne leere Registrierkasse. Kaffee. Ja. Ne Tür, die nicht reagiert. Ne Leiche. Mit einem Schuh. Oh. Mit einem hübschen Schuh, könnte man schon fast sagen. Liegt die nicht, äh, total entspannter? Erstmal können die Musikern echt Angst machen. Hört sich mal an, als würde hier so ein Horrorclown rumlaufen. Was ist das? Ein Film, noch ein Film. Töre. Okay. Ah. Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalische Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung, angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Okay. Das sieht ja toll aus. Oh. Ich dachte, das war in die andere Richtung. Nichts. Nein. Nein. tych. Ah puh. Lass ich's halt. Oh. Ich hätte bald was. Ich krieg eine kleine Menge Gesundheit. Und Eve, das hol ich mir. Also wenn ich dann diese komischen Tropfen darf, was auch immer das ist. Eigentlich sind die ja ganz gut. Sie sind gegen Big Daddy, ist ganz nett. Und ich hab's umsonst gemacht. Yay! Wollte ich nicht. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Oder was ich auch brauche? Aha. Aha. Ich muss erst mal gucken. Hm. Okay, warum nicht? Was ist da? Kann ich mich da durchquetschen? Ups. Wie kannst du nur glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite? Undenkbar! Oh. Sorry. Konnte ich ja nicht wissen, was du da drin bist. Es tut mir leid. Ah. Ich könnte mal wieder von diesen Körperdingen brauchen. Von der Technik auch. Und Kampf. Aber erst mal Kampf am Körper. Ja. 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 Okay. Kann ich da durch? Was ist das? Ach. Ein Aufzug. Klar. Wann kommt der jetzt her? Na ja. Aua. 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 Ist ja die arme Leiche auch so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es zuckt. Ganz komisch. Ich denke schon so, ey. Nein, nein, nein. Okay. Okay. Hört sehr toll an. Bedtime Surprise Santa Cohen Why Even Ask Patrick Amara A Musical The Story of Love After Death Meteor Presto, Presto, nein, nein Ich versuch's ja, bitte Noch einmal, junger Fitzpatrick Ok 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 Komm jetzt runter, kleine Motte. Leben. Tod. Die Würde des Künstlers ist, es einzufangen. Oh, okay. Ich seh da grad was, was ich unbedingt trauen will. Heißt, ich soll jetzt ein Foto von hier machen, oder was? Oh, da ist was im Weg. Sieht ja doof aus. Auf was wartest du? Fitzpatrick kann die Pose noch nicht ewig halten. Ich glaube schon, dass er sie ewig halten kann.